So, wir sind jetzt hier zu Gast bei Michael Schick Immobilien in Berlin. Es ist mir eine Ehre, jetzt ein Interview hier führen zu dürfen und ein paar Fragen zu stellen zur aktuellen Immobilienmarktentwicklung. Kommt einfach mit. Freut mich. Schön, dass Sie da sind. Ja, gerne. Dankeschön. Dankeschön für die Einladung. Es freut mich, hier jetzt ein Interview mit Ihnen führen zu dürfen. Total gerne. Sie sind ja Vorsteller vom Immobilienverband Deutschland. Richtig. Und haben auch schon das ein oder andere größere Projekt hier in Berlin verkauft. Wollen Sie sich mal ganz kurz vielleicht vorstellen, was Sie so für Projekte hier abwickeln? Na klar, ich mache mal die Türe zu. Da klingelt kein Telefon. Ja, Jürgen Michael Schick, Präsident Immobilienverband IVD. Das ist der größte Unternehmensverband in der Immobilienwirtschaft mit 6.000 Mitgliedern zu nehmen. Unsere Firmen haben so 100.000 Beschäftigte und da geht es ums Makeln, es geht um Sachverständige. Es geht um das Thema Immobilienverwaltung. Wir wissen ziemlich genau, wie Immobilien funktionieren, wie man sie bewirtschaftet, wie man aus schlechten Immobilien bessere macht und wie man aus guten die allerbesten macht. Wir kennen, glaube ich, den Markt ziemlich gut in der Breite als Verband und wir als Firma. Meine Firma gibt es jetzt seit knapp 30 Jahren. Wir nennen uns Investmentmakler, weil wir nicht die selbstgenutzte Immobilie vermitteln und verkaufen, sondern die zur Anlage, also die Kapitalanlage Immobilie, wo ein Investor Rendite erzielen will. Und das machen wir in Berlin, das machen wir aber auch in anderen deutschen Städten. Wir machen so 60% der Transaktionen außerhalb von Berlin, aber 40% innerhalb von Berlin. Die deutsche Hauptstadt ist ein toller Markt, weil es der größte zusammenhängende Wohnungsmarkt in Deutschland ist. Aber es gibt ganz viele gute Gelegenheiten bundesweit. Das ist bei Ihnen vor der Haustür genauso wie sonst irgendwo in der Fläche in Deutschland. Und das macht total viel Spaß und das machen wir jetzt seit knapp 30 Jahren. Wir haben 40 Mitarbeiter und kümmern uns um private wie institutionelle Käufer und Verkäufer. Und Sie haben ja auch relativ jung angefangen. Ja, ich gebe das zu mit 20. Nicht schlecht. Okay, würde ich sagen, setzen Sie jetzt mal hin und stellen ein paar Fragen. Ja, gerne. Ich würde wahrscheinlich anfangen wir mal an mit dem ersten Thema. So die aktuelle Markteinschätzung vom Experte. Es gibt ja immer mehr Themen, so Immobilienblasen. Manche Leute fragen schon, hey, das macht doch gar keinen Sinn mehr, jetzt in Immobilien zu investieren. Die Preise steigen so extrem. Und gibt es da ein Risiko, dass jetzt mal irgendwas Schlimmes passiert? Die Definition blasisch ist so breit gestreut. Keiner weiß so richtig, was der andere damit meint. Gibt es die Blase? Gibt es eine Blase? Was ist die Definition von der Blase? Ist es ein Risiko aktuell im Kauf? Wenn man das kauft, gibt es ein Risiko? Also Risiko gibt es immer, wenn man sich wirtschaftlich betätigt. Aber die Frage ist ja, ist es ein vertretbares Risiko? Also ich glaube nicht, dass wir eine Immobilienblase haben. Denn wodurch würde die sich auszeichnen? Unter anderem durch eine ganz drastische Zunahme von Bankfinanzierung. Also wenn die Banken heute ohne jede Art von Kontrolle massiv Darlehen vergeben würden, die uns das Geld wieder hinterherwerfen würden, wie in Amerika in der Subprime-Krise, dann wäre es wahrscheinlich ein Anzeichen dafür, dass wir in der Immobilienblase geraten, weil die Preise hoch sind und wenn dann die Kreditvergabepraxis der Banken total gelockert wäre, dann wäre es, glaube ich, eine andere Situation. In Deutschland kann, glaube ich, keiner behaupten, dass Banken zu leichtfertig eine Finanzierung, eine Hypotheken-Darlehen ausreichen. Sondern ganz im Gegenteil, die Finanzierungen wachsen ja total langsam. Also eher unterdurchschnittlich. Und ja, es ist wichtig, die Preise sind gestiegen. Das kann ja gar nicht bestreiten. Also in den letzten zehn Jahren hatte der Markt nur eine Entwicklung nach oben. Auf der anderen Seite, wie verhält sich das zusammen mit den Zinsen und mit den verfügbaren Einkommen? Und ich finde, das muss man mit ins Bild holen. Ja, die Preise sind gestiegen nominal, sind Wohnungen, Häuser heute teurer als vor zehn Jahren. Aber was hat sich parallel dazu getan? Die Zinsen sind gefallen. Wir sind zwar nicht mehr ganz auf dem historischen Zins tief, aber trotzdem haben wir ja nach wie vor wahnsinnig niedrige Zinsen, wie die ja unsere Vorväter nicht kannten, ja, über viele Jahre. Und die verfügbaren Einkommen sind gestiegen. Und wenn man die drei Sachen zusammennimmt, also Kaufpreise, die sind teurer geworden, Zinsen, die sind total niedrig und die Gehälter, die sind gestiegen. Wenn man die drei Sachen zusammennimmt, dann kann man das errechnen, was man in Amerika Erschwinglichkeit nennt, Affordability. Und wie beispielsweise beim Immobilienverband IVD an den Erschwinglichkeitsindex errechnet. Also wie viel kann sich ein normaler Mensch an Immobilien leisten? Und dann ist es total erstaunlich, dass die gestiegenen Kaufpreise, kompensiert, überkompensiert werden von den niedrigen Zinsen plus den gestiegenen Einkommen. Das heißt eigentlich sind die Immobilien heute erschwinglich herr, also leistbarer, als in vielen Jahren davor. Und das ist eigentlich schon die Antwort auf Ihre Frage, macht es denn heute überhaupt noch Sinn? Ist es denn jetzt eigentlich schon ein totes Pferd? Der Immobilienmarkt muss nur dann schon absteigen, oder ist da immer noch eine Chance drin? Und ich sehe da eine große Chance, wenn man jetzt nicht die berühmten Fehler beim Immobilienkauf macht. Also grundsätzlich hat jedes Engagement Risiko, ein Glück, sonst gäbe es ja auch keine Rendite. Wenn das ganze Risiko überhaupt frei wäre, dann hätte es ja auch nur Rendite. Insofern muss man sich jetzt um die passende Ökonomie, den richtigen Markt, die richtige Finanzierung kümmern. Ja, aber grundsätzlich ist das nach wie vor eine super chancenreiche Situation. Also wir sagen ja immer bei Wohnungen 5% Bedingung, sonst schaue ich es mir gar nicht erst an. Und dann, wenn ich was anschaue für 5%, dann weiß ich, okay, da kann man ein bisschen was optimieren mit dem IMO auch. Weil was sagen Sie, wo ist so die Grenze, die Untergrenze? Das ist eine Immobilie, muss die komplett durchlaufen mit positivem Cashflow? Oder kann man da auch Investments, wo man vielleicht mal mit einem negativen Cashflow beginnt und dann irgendwann das Positive kommt? Also es kann sich ja nur der leisten, der ein sehr hohes Einkommen, den man her hat, von dem man auch sicher ist, dass er immer die Immobilie subventionieren kann, also da reinzahlen kann. Ich persönlich will das nicht machen, denn die Immobilie soll sich schon aus sich selbst heraus tragen. Es ist immer die Frage, wie viel Eigenkapital muss ich mitbringen? Bestimmt gibt es auch teurere Immobilien, wo man halt einen höheren Eigenkapital-Unteil dabei haben muss, damit die Finanzierung sich nachher rechnet. Also da muss ich halt 10, 20, 30, 40 Prozent Eigenkapital mitnehmen, damit dann aber der Kapitaldienst vom Restkaufpreis dann aus den Mieten her bewirtschaftet wird. Dann finde ich, macht das Sinn und dann ist es ja auch total vernünftig. Und es gibt noch viele andere Investoren, die ich kenne. Also ich persönlich tendiere zu einer Festschreibung. Also jetzt haben wir zwei Konstrukte, einmal mit einer GbR mit meinen drei Geschäftspartnern. Da haben wir jetzt langfristige Investments gekauft. Wir haben einfach mal Wohnungen, wir haben durchschnittliche Bruttopendite von knapp 10 Prozent aktuell. Und die lassen wir dann einfach komplett abzahlen. Wir nehmen uns keinen Sender von. Und jetzt fangen wir alle aktiv noch zu handeln. Aber wer suchen etwa das neue Köln von heute? Gibt es da sowas, wo man noch jahre Krediten erzielen kann? Ja. Ich muss sagen, Philipp, sehen Sie eine Entwicklung? Der positive Marktzyklus, der ist schon weit vorangeschritten. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Also es gibt natürlich in den Hotspot-Märkten, also in Köln, in Düsseldorf, in Hamburg, München ja sowieso, auch in Berlin, da ist der Zyklus schon echt weit vorangeschritten. Und trotzdem gibt es ja auch nach und vor Standorte, die sind günstig und die sind im Wachstum begriffen. Ich habe da gestern eine tolle Studie von Wulby-Geser, das ist ja so ein Forschungsinstitut, gelesen. Die haben sich jetzt speziell mit Mitteldeutschland beschäftigt. Die haben gesagt, zum Beispiel Leipzig, Halle, Magdeburg, aber auch einfache Standorte wie Gera oder Kermitz, die stehen heute alle nicht ganz so gut da, aber sie werden morgen besser dastehen. Also Dresden ist schon ziemlich reif als Markt, Leipzig total im Kommen. Und so Städte wie Magdeburg, Halle, die früher mit spitzen Fingern angefasst worden sind, die haben eine total tolle Entwicklung vor sich. Sagen die Forscher, ist übrigens auch meine persönliche Meinung. Also wenn man jetzt als Zuschauer vielleicht in der Stadt ist, wo es persönlich total teuer ist, dann muss man sich schon überlegen, ob man jetzt auch direkt vor der Haustür seine Wohnung kauft oder nicht vielleicht in eine Stadt geht, wo die Chancen noch besser sind. Ich muss ja kein Neuköllner sein, um in Neukölln zu kaufen. Also wo ist das nächste Neukölln? Es gibt bestimmt ein paar Standorte, die kommen jetzt noch. Und ein paar andere, da muss man sich halt die genaue Mikrolage überlegen. Also eine Stadt wie Hamburg ist einfach zu groß, um zu sagen, ganz Hamburg ist zu teuer. Da muss man sich halt überlegen, was kann man sich leisten. Ich bin ein Freund von den einfachen Lagen. Ich finde ja immer jenseits von diesen Top-Lagen, A-Lagen, ist eigentlich besser, wenn man so in die einfache bis mittlere Lage geht. Da kann man am meisten Geld verdienen, aus meiner Sicht. Und das findet man, glaube ich, schon in den Städten, wo man sich dann auch persönlich auskennt. Um auf das Thema Risiko nochmal kurz zurückzukommen. Es gibt da Leute, die zum Variable finanzieren. Sehr viele Immobilieninvestoren zum Beispiel, die machen das so, die finanzieren Variable, mit der Tilgung, wie es mir noch funktioniert, weiß ich nicht. Also sind sie sehr froh, aber da wollen wir uns nicht drauf eingehen. Sondern mein Risiko, das ich sehe, wenn die Zinsen steigen und die EU-Richtlinien für Kreditvergaben angezogen werden, dann wollen die festschreiben. Und dann sagt die Bank, ja, es tut uns leid, lieber Kollege, aber das Kreditvolumen ist ja auch so groß und die Sicherheiten reichen nicht aus, um eine Festschreibung zu führen zu dem aktuellen Zinssatz. Also das ist das Risiko, was ich sehe, was viele treffen wird, die Variable eingekauft wird und da gibt es eigentlich einige. Ist das ein reales Risiko? Ich frage mich, wie lange ich die Immobilien halten kann. Also wenn ich die ohnehin in der privaten Vermögensverwaltung habe, in der privaten V&V, mit der Absicht, die nach zehn Jahren steuerfrei zu verkaufen, dann macht ja ohnehin eine Finanzierung über zehn Jahre plus durchaus Sinn. Das müssen ja auch gar nicht zehn Jahre sein, es können ja vielleicht auch 15 oder 20 Jahre sein. Die Konditionen sind ja super günstig. Also das würde ich, ehrlich gesagt, für die erste und die zweite und die dritte, vierte, fünfte Immobilie Schuld empfehlen. Ich glaube, variante Finanzierung ist das für Profis, die einen sehr guten Background haben. Ich würde nicht anraten, das für die allererste Immobilie zu machen. Jetzt gibt es ja auch Leute, die wollen mit Immobilien handeln. Also die flippt man dann halt, kauft die Leute und hoffentlich morgen mit Gewinn weiter. Also im steigenden Markt geht das ja. Ob das in allen Märkten immer so funktioniert, das weiß ich auch nicht. Also wir sind ja schon weit im Zyklus vorangeschritten. Also wenn ich jetzt die Immobilie in zwei Jahren wieder verkaufen will, dann macht mir zehn Jahre das Zinsbindungsfrist ganz Sinn, logisch. Aber wenn ich die jetzt erstmal im Portfolio habe, die kommt in meinen Bestand, mit der will ich alt werden, die ist ein Teil von meinem Vermögensaufbau, dann ist auf jeden Fall eine langfristige Zinsbindung total sinnvoll. Und ich würde heute sogar sagen, also zehn Jahre ist gar nicht das Maß für Dinge, sondern ich würde dann auch gucken, wenn man die wirklich langfristig halten will, ob nicht eine 15- oder 20-Jahres-Kondition auch geht, wenn dann genügend Tegelungsspielraum übrig bleibt. Wenn ehrlich gesagt, dann kann sich ja jeder zurücklehnen und sagen, mein Mieter zahlt es, ich bin da im Verhältnis keinem Fall raus. Gut, es gibt Leute, die sagen, aktuell würden sie nichts mehr kaufen und sie sagen, man kann natürlich auch noch was kaufen. Also das ist meine kritische Frage, ich stelle es nochmal. Sie verbringen natürlich auch die Perspektive als Markler. Sie wollen ja natürlich, dass die Leute was kaufen. Dann müssen sie ja nicht zahlen, oder? Ja, wissen Sie, ich muss ja heute gar nicht den Werbe-Gemail dafür helfen, dass jemand kauft. Also kaufen wollen die Leute eh von allein. Ich muss die Leute eher davon überzeugen, dass sie heute auch verkaufen. Also ich kann ja als Markler nur Geld verdienen, wenn du nicht einen hast, der verkaufen will und gleichzeitig es einen gibt, der Nachfrage hat. Also die letzten Jahre waren davon gekennzeichnet, dass es viel mehr Leute gab, die gesucht haben, als Angebot. Es gab ja den grunden Objektmangel im Markt. Also suchen mehr Leute, als verkaufsfähige Eigentümer da sind. Ansofern, ich muss gar nicht Werbung dafür machen, dass jemand Immobilien kaufen soll. Ehrlich gesagt, was sollen die Leute machen mit ihrem Geld? Ja, also eine Anleihe kaufen mit null Zinsen macht nicht so viel Sinn. Aktien persönlich finde ich ja auch gut, ist ja auch ein Sattwert. Aber finden viele dann irgendwie auch mit dem Zickzack-Kurs an der Börse schwierig. Muss man durchschlagen. Genau. Und geht auch nur ganz langfristig. Also zur Beimischung übrigens auch für Immobilien-Profis schon gut. Also nicht alle Eier in Einkörbchen, muss auch noch was nebenher kommen. Deswegen bin ich gar nicht der Freund von nur Immobilien. Das ist ja auch eine Praxis. Da muss auf jeden Fall was nebendran sein, damit man das Risiko streut. Aber was macht man, wenn man das nicht machen will? Dann geht man automatisch in den Immobilienmarkt aus guten Gründen. Weil wir halt nach wie vor als gesamtdeutscher Markt ein total stabiler Markt sind. Wir sind rechtlich sicher, sofern da nicht viel Regulierung noch mit dazukommt. Da haben wir uns ein bisschen politisch Sorgen, dass da viel Regulierung für Vermittler kommt. Die sind die Mitte Europas. Egal, was da so rechts und links auch an Finanzkrise gibt. Der Markt wird sich auf Deutschland konzentrieren. Und wir glauben schon, dass wir an den richtigen Standorten immer vorausgesetzt werden. Wir haben eine gute Demografie. Dass die Bevölkerungsentwicklung stimmt. Dann haben wir, glaube ich, einen sehr guten Ausblick für die allermeisten Märkte. Aber nicht überall. Da muss man jetzt halt genau hingucken, welche Standorten sind gut und auch welche Immobilien sind gut. Also wenn ich jetzt irgendwo in einem völligen Absandlungsgebiet ein Haus kaufe, wo es morgen keine Mieter mehr gibt, dann ist das Haus ein Haufen steil. Dann sieht es zwar gut aus, aber es bringt mir nichts. Nicht mehr die Rendite. Also jetzt müssen wir uns mit dem Markt beschäftigen. Wo ist der sinnvoll? Wo gibt es da ein Wachstumspotenzial? Wo kann ich die Mieter wirtschaften, die ich brauche, um meine Hypothek zu finanzieren? Wo kann ich morgen mit Gewinn oder zumindest zum gleichen Preis wieder verkaufen? Wenn man das für sich beantworten kann, dann macht Immobilien total viel Sinn. Und ich glaube, mit den niedrigen Finanzierungskonditionen ist das schon super. Aber jetzt nicht in jedem Preis. Also ich muss schon ein bisschen Eigenkapital mitbringen, damit es eben auch nicht zum Risiko wird. Und ich mich nachher nicht erpressen lasse von der Bank. Wir haben das in der Vergangenheit schon ein paar Mal erlebt, dass dann auch Banken sagen, Sie haben es ja gerade selbst erwähnt, also der Finanzierungs-Background hat sich geändert. Liebe Bankkunde, wir brauchen jetzt Zusatzsicherheit. Wenn es aber der Immobilienkäufer gar keine Zusatzsicherheit hat, weil er alles bis unter das Dach geliehen hat und selbst gar keine Liquidität, keine Potentät mehr im Hintergrund hat, ja dann ist er ausgeliefert. Und das finde ich, sollte keiner machen. Also damit wir gut schlafen können, braucht man glaube ich schon einen Grundstock an Eigenkapital. Da habe ich schon auch etwas gehört von einem Bekannten von mir, der auch ziemlich groß da investiert und er baut viel. Und er hat gesagt, die Baukosten sind alle 15% höher als kein Grundier bei all seinen Projekten. Und die Banken fordern schon Nachschüsse und für ihn war es kein Problem jetzt. Aber dass es wohl auch Leute gibt, für die es eins ist ein Problem. Und es fängt jetzt gerade so an. Und wenn die dann nicht nachschießen können, dann werden definitiv wahrscheinlich Projekte auf den Bau kommen, oder? Sehen Sie das auch so? Ja, also das mit den steigenden Baukosten ist echt das Hauptsorgenthema für alle, die jetzt Neubau machen. Weil die Baukosten, das ist so rasant steigend, also Grundstücke sind ja extrem viel teurer und die Baukosten auch. Also wer jetzt ein kleines Mehrfamilienhaus baut oder auch für sich privat die selbst genutzt Immobilie gebaut, der hat ja erst Schwierigkeiten, Handwerker zu finden, dem laufen wirklich die Kosten davon. Die Bauphasen werden immer länger, weil es keine Gewerke gibt. Ja, das ist tatsächlich ein Risiko. Muss man sehr genau kalkulieren. Aber ich glaube, wenn wir uns jetzt über Immobilienkauf unterhalten, geht es ja eher um eine Bestandsmobilie. Finde ich auch sorgenfreier. Ich selbst bin nicht so der Bauprofi. Ich finde es auch besser, wenn man sich um den Bestand kümmert, weil das halt auch besser einzuschätzen ist. Man guckt sich die Immobilie an und macht wirklich einen technischen Check und macht einen wirtschaftlichen Check. Und da weiß man, glaube ich, ziemlich genau, wo das Risiko ist. Ja, mein Gedanke war nur, wenn halt eben im Neubau und im Groß-Sanierungsbereich viele, viele Objekte auf den Markt kommen, dann wird sicherlich auch der Bestandspreis fallen. Weil das hier als Angebot hochgeht. Ja, wenn wir mal da sehen, dass das wäre die Frage, haben wir jetzt wirklich eine Blase und Plastik? Also koloriert da irgendwas? Ich glaube, davon sind wir eben weit entfernt. Nein, das wäre jetzt nicht meine Prognose. Aber es gibt bestimmt ein paar, wenn die zu risikoreich finanziert haben. Und wenn sich dann die Zinsen doch mal ändern sollten. Ja, das dann, das wird ja nicht Riesensprünge sein, aber so allmählich, wenn die mit ihrer Finanzierung nicht hinterherkommen, dass solche Objekte eher auf den Markt kommen, als wenn eine Grundsolide finanziert hat. Das wird schon so sein. Alles klar. Herr Schick, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Wollen Sie noch irgendwas Abschließendes sagen? Ja, ich wollte einen Schenk machen. Ich habe einen Buch geschrieben. Das heißt, der Eigentumsskandal. Und das ist ein kritischer Beitrag zur Wohnungskrise. Wie die Politik unseren Wohlstand verhindert. Also weil die Politik Eigentum verhindert, aus unserer Sicht. Und was wir dagegen tun können. Das ist ganz neu, erschienen im Finanzbuch für Leibn. Ich wollte es geschenken. Ich werde da eben gut. Vielleicht hat es Spaß beim Lesen. Selbstverständlich. Ich werde es verlesen unter dem Video. Das gibt es auch bei Amazon. Können Sie wie viele Sterne bewerten. Das mache ich. Das mache ich jeder. Das ist dann zu herzlich eingeladen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch beide geholfen. Vielen Dank. Gerne. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!